Stellen Sie sich vor und jedes Mal lache ich, wenn ich es kaufe. Dann konnten wir Ihnen ein Leben ein bisschen versüssen. Das ist Ihr Applaus. Danke vielmals. Haben Sie sich noch vor den Arsch? Monika Stecker mit der Familie. Vielen Dank. Und Ueli sollte jetzt bereit sein, mit dem Finish für seine Landfrauen servieren zu können. Das sieht gut aus, Nico. Ich habe dein Tellerchen schon bereit gemacht. Ich bin selbstverständlich auch Anrichter für unsere Landfrauen. Und du siehst, wir sind gespannt, was du sagst aus unserem Zirf-Salat. Ja. Das klingt gut. Ganz fein. Ist gut? Er ist nicht sehr heiss. Ja, ich habe natürlich schon seit zwei Minuten angegriffen. Nein, er muss ja lau warm sein. Hallo. Ja, selbst auch. Aber da hast du recht. Aber ich muss deinen Teller auch immer noch früher anrichten. Und das ist etwas ganz Feines. Viel feiner natürlich als Rindfleisch. Und Schwarz oder Gemisch. Da merkt man relativ viel Wein rein, oder? Mhm. Wir haben ein bisschen Brotbrösel rein. Also das Ganze auch ein bisschen vom Bissen einfach viel feiner macht. Ich frage schnell Verena, was sie findet. Verena? Verena, komm hervorrufen. Wenn du Lust hast. Sicher schon. Weil ich finde ja eh immer alles lässig, was du machst. Schon? Ja. Das klingt manchmal auch anders, wenn wir allein sind. Das passiert in der besten Familie. Eben, gell? Und hast du Besteck für Verena? Du musst auch mal eine Gabel haben. Ich habe für sie einen Teller gemacht am Tisch, weisst du, Nic? Aha. Ja, sicher. Ja, sicher. Darfst du da nicht mehr gleich mit? Nein, nein. Aha, bist du schon bereit? Jawohl. Also nimm der... Du darfst da gleich mitnehmen. Können wir das auch machen? Ja, ja. Das ist meine. Kannst du dich aufs Mal nehmen? Ja. Wir haben noch eine Service-Hülle, finde ich, schon umgekehrt. Dann kommt hier helfen. So, hola. Was ist es? Hört es? So, der Linde gut, oder? Jetzt musst du auch ab. Fertig? Ja. So. Oh, scharf. Jetzt kommt der Chili. Huh. Wunderbar. Huh. Sitz her. Dann könnt ihr ab wie ein Rakete. Verena, sitz ab. Dankeschön. Schönen guten. Guten meine Hand. Gefällt es an, probiere es. Danke. Guten meine Hand. Sehr gut. So. Bist du zufrieden mit dem Nick? Das sehen wir jetzt immer. Aha. Hast du schon probiert? Nein. Wer hat? Brigitte, sag. Ein Steffeli zum Aufheben. Wirklich super. Sehr fein. Mayo. Sehr fein. Sehr fein. Gut gewürzt. Mein Geschmack. Tim top. Verena. Gut gewürzt. Mein Geschmack. Ich lasse euch essen. Einen guten Mieinander. SF mit den Leuten. Landfrauenfuhrchen. Ab nächstem Freitag. Immer 5 ab 8 auf SF1. Ihr seid super. Ich freue mich extrem auf euch. Danke. Einen schönen Applaus. Einen guten Mieinander. Wir hatten nur Biacho. Wir hatten Mark Zweig. Wir hatten Bolo Hofer. Wir hatten eigentlich schon fast alle. Einen fehlt aber noch. Und der ist heute Abend extra auf Chur gekommen. Er spielt zusammen mit der SF Hausmusik. Ein Arrangement von Daniel Heusler. Der Song ist aber von ihm. Das ist Heidi. Mit und von Florian Asch. Kur, du musst klatschen. Das ist die Geschichte vom Heidi. Ich muss ihm oft erzählen. Wo hat das so meine Gründe. Sein Name ist Johnny. Und hat zwei liegen geheim. Und das Heidi hat den Baum. Und sieht das nicht so eng. So. Oh. Johnny hat Glück für mich. Und das geht richtig viel. Leckeres wie viel. Kein Kalki, die Baum spiel. Ist nur auf meine Kante. Ein Siegerung gespielt. Das ist das, was ich im Glücksspilz. Hey, hey, Heidi. Alli, baby. Hey, hey, Heidi. Grüße, späti. Ein Song meint im Gelma. Du gehst ganz fest an das Achram. Und wir verhauen sich. Und wir blauen sich. Was hätte Johnny bei mir nicht wahr? Ich will mir das erzählen. Es hätte so müssen kommen. Und vielleicht hätte ich mir einfach deine Meinung untergenommen. Jetzt will ich es so verschieden. Es ist auch du auch kein Beat. Es will mir einfach nicht in Kopf. Was ist in dem so Spitz? Oh. Das Heidi ist im Schachen. Sexy auch in der Rühe. Was kann das für eine Firma? Ich kenne sie nicht. Es ist einfach die Bekunft. Es ist heute richtig viel. Ich kenne sie nicht. Dann bin ich nur mit der Bintel. Es sind ein Dome, die voll ist verlor. Hey, hey, Heidi. Alli, baby. Hey, hey, Heidi. Wir wissen spätig. Ein Song meint im Gelma. Du gehst ganz fest an das Achram. Und man fragt sich und man plant sich, was hätte ich für mich gewusst haben. Hey, 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 Heydi, hey, heydi, heydi. Ich zweifelst haben wir beide, beide. Es ist da gewesen mit dem Heydi und dem Freund. Der Staatsamt hat so eine tiefe Geschichte, es gibt noch gute Gründe. Bei dir ist so eine riesen Pumpe, wie wir machen, läst dir Nachbar Slumpi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017